Deswegen sagte Abdul Qadir al-Jilani, er sagte, das ist ein hambalitischer Gelehrter übrigens, Abdul Qadir al-Jilani, aber er ist berühmt bei allen, er sagte auf jeden Fall, er sagte, mir hat sich ein Fenster geöffnet in Bezug auf die Bestimmungen Allah Ta'alas. Also er meint mit dem Fenster eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist, wende den Qadir mit dem Qadir ab. Wenn dich etwas trifft, hat es sich mit dem Qadir al-Jilani getroffen. Wende es mit dem Qadir al-Jilani wieder ab, dreh es um. Genauso wie der Hunger ist vom Qadir al-Jilani, oder nicht? Ergibst du dich dann, wenn du Hunger hast und sagst, Jani, bedeutet das Zufriedenheit mit den Bestimmungen Allah Ta'alas, damit zufrieden zu sein, es hinzunehmen, akzeptieren, heißt es einfach nichts mehr zu tun und jetzt sitzen bleiben und hungern? Leider du wirst diesen Qadir abwenden durch einen anderen Qadir, durch das Essen. Durst ebenfalls, wenn dir zu heiß ist oder zu kalt ist, das ist alles Qadir al-Qadir. Du wirst es aber lindern oder abwehren, indem du dich entsprechend ankleidest. Auch Qadir, versteht ihr? Deswegen hat ein Räuber in der Zeit von Umar r.a. Er sollte bestraft werden für seinen Diebstahl. Dann sagte er zu ihm, das nennt man Das ist nicht legitim, dass man den Qadir als Vorwand nimmt für seine Missetaten, für seine Sünden, die man begeht. Also indem man sagt, das ist Qadirullah. Es passiert die Sünde, Qadirullah. Es ist Qadir, ja, aber du darfst es nicht als Vorwand nehmen. Und deswegen sagte er, er wollte sozusagen die Strafe von sich abwenden dadurch. Und da sagte Umar, Und wir schneiden dir die Hand auf mit den Qadirullahs. Also wenn es passiert ist, auch Qadirullah. Versteht ihr?